ProLinux.de Die meisten kennen wahrscheinlich diese Internetseite und wahrscheinlich haben auch schon viele, die jedenfalls die Seite verfolgen, mitbekommen, dass ProLinux seine Pforten schließt. Wie geht es weiter? Wo können wir uns auch Informationen beschaffen? Und was hat alles ProLinux für uns in dieser Zeit geleistet? Was werden wir vermissen? Das alles in diesem Video. Und hiermit euch ein herzliches Willkommen. Ja, für alle, die die Seite nicht kennen, das ist eben eine Nachrichtenseite für hauptsächlich Linux. Eigentlich nicht nur eine Nachrichtenseite, es gibt viele, viele andere Facetten, wie zum Beispiel ein Forum, Stellenangebote, Veranstaltungen, Linux User Groups und noch vieles, vieles mehr. Eigentlich eine der deutschen Seiten in der Linux-Welt, wenn man sich Neuigkeiten holt oder sich zum Beispiel auch nur vernetzen will. Nach 22 Jahren haben sie dann beschlossen, ProLinux.de in den Schlaf zu versetzen beziehungsweise mit ProLinux.de aufzuhören. Warum die Betreiber hinter ProLinux.de aufhören, geht noch nicht ganz so hervor. Ich denke am Ende, nach 22 Jahren, möchte man sich auch mal wieder auf andere Sachen konzentrieren, hat vielleicht auch etwas andere Ziele in seinem Leben beziehungsweise möchte halt auch mal was vielleicht was Neues machen. Aber ist natürlich nur eine Spekulation. Warum die das Ganze aufgeben, ist bis heute nicht gewiss. Ja, woraus bestand ProLinux allem? Also einmal die Hauptseite, gut, könnt ihr euch alle mal selber anschauen, aber eben die Nachrichten. Das ist eigentlich eines der größten Standbeine von ProLinux.de. Das ist eigentlich eines der größten Standbeine von ProLinux. Ja, hier kriegt man tatsächlich mehrmals täglich Neuerungen und Artikel über verschiedene Projekte, beziehungsweise halt Neuigkeiten rund um Linux und die Open-Source-Welt und das auch schön redaktionell aufbereitet. Da muss ich sagen, wird uns einiges Ende Mai dann fehlen. Also eigentlich ab nächster Woche. Denn diese Nachrichten wird es alle nicht mehr geben. Das ist sehr, sehr schade. Könnt ihr ja jetzt noch reinschauen. Und noch sind sie aktuell bis Montag. Noch sind sie aktuell bis Sonntag werden hier wahrscheinlich noch Artikel geschrieben. Aber danach ist Feierabend. Ja, Artikel hat man dann auch. Und das sind dann halt eben keine Neuigkeiten, beziehungsweise Nachrichten, sondern halt eben sowas ähnliches wie Tutorials, Kommentare, Meinungen, Interviews, Programmvorstellungen und sowas in die Sache. Das wird uns auch fehlen. Kurztipps gibt es auch noch. Die werden auch nicht weitergeführt. Programmnews, die dürften sogar automatisch weiter aktualisiert werden. Sicherheitsberichte könnten auch weiter hier drin sein. Mal so ganz kurz. Heute zum Beispiel sind jetzt in meinem Fall schon vier Stück aufgetreten und gestern waren es, ich zähle sie gar nicht mehr, 20 Stück oder so. Dann gibt es ein tolles Verzeichnis, wo man Linux User Groups finden kann. Da wollte ich eigentlich schon seit Ewigkeiten mal ein Video dazu machen. Linux User Groups sind eben meistens eingetragene Vereine oder eben Gemeinschaften, die irgendwo örtlich vertreten sind. Viele haben dann irgendwie zum Beispiel auch noch einen Stammtisch und haben dann zum Beispiel mehrere Tage im Jahr, wo sie dann anderen Leuten auch gerne helfen oder Linux Präsentationstage ausrichten. Da findet man eben ein sehr, sehr großes Verzeichnis von verschiedenen Linux User Groups. Könnt ihr ja da auch mal nach eurer Postleitzahl schauen, wo denn eure nächste Linux User Group ist. Könnt ihr auf jeden Fall mal gerne vorbeischauen. Ich denke, die alle würden sich freuen und ihr vielleicht dann auch. Dann haben wir noch einen Veranstaltungskalender mit allen möglichen Veranstaltungen, die rund um Linux und Open Source zu tun haben. Und wir sehen, wir haben mehrere Veranstaltungen pro Tag meistens. Hier zum Beispiel ein Open Tech Summit oder die Gulasch Programmiernacht. Klingt auch sehr spannend. Hier seht ihr, läuft schon viel weiter. Und das Tolle ist, nach der Schließung von ProLinux.de wird das auch noch weiter bestehen bleiben. Genauso wie die Linux User Groups gehe ich davon aus. Dann hat ProLinux immer mal wieder Umfragen gestellt. Und ich bin mir sicher, man kann sie garantiert dann auch noch später einsehen. Zum Beispiel, wir sehen hier auch alle Umfragen von 2019, 2018. Wahrscheinlich dann bis 1998. Dann haben wir hier Stellenangebote. Falls Linux Nutzer irgendwelche Stellenangebote im Bereich Linux suchen, kann man die hier auch noch mal einsehen. Wir sehen, hier wird relativ viel eingetragen. Schon heute sind das sechs Stück. Und das Schöne ist, die laufen auch weiter wie bisher. Das Forum wird wahrscheinlich auch geschlossen. Das News Archiv wird bleiben. Und ein Newsletter gibt es auch. Da kann man sich auch gerne eintragen. Und den wird es auch so weit weiter geben. Aber natürlich dann eben nur mit dem Inhalt, was weiter produziert wird. Und das wäre dann, sieht man hier noch mal ganz gut, die Sicherheitsmeldungen, die Programmdatenbank, die Programmversionen, die Jobangebote und die Termine aus dem Terminkalender. Ja, man wird da auch im Newsletter daran erinnert. Und das ist bzw. war ProLinux.de. Also wirklich eines der Anlaufstellen, wenn es um Linux und Co. geht. Und ich denke, wir können uns alle als Community bei ProLinux.de bedanken, dass das Team das 22 Jahre so durchgehalten hat und täglich mehrere Neuigkeiten gepostet hat, geschrieben hat, sich um die Webseite gekümmert hat, die überhaupt aufgebaut hat. Und dadurch wird uns leider viel nach und nach verloren gehen. Aber es gibt auch noch andere Neuigkeiten-Seiten. Auf die will ich jetzt noch mal ganz kurz eingehen. Ich habe euch die Links alle in die Videobeschreibung gepackt. Und hier kommen wir zur ersten Seite, Heise Online, mit dem Bereich Linux und Open Source. Da gibt es einen eigenen Bereich. Und da findet man sehr, sehr viele Neuigkeiten. Und da findet man auch nahezu täglich Neuigkeiten rund um Linux und Open Source. Und auch sehr wertvolle Artikel. Könnt ihr euch gerne mal mit beschäftigen bzw. mal durchstöbern. Lese ich eigentlich ganz gerne. Ja gut, nicht nur Heise Online, Linux und Open Source, sondern auch direkt zum Beispiel Heise Online im Bereich IT. Interessiert mich zum Beispiel sehr. Außer die Werbung nervt ein bisschen. Wobei diese Werbung ich jetzt gar nicht so schlecht finde. Als weitere Seite gibt es das linux-magazin.de. Hier findet man auch viele Neuigkeiten rund um Linux und die Open Source Landschaft. Alleine heute haben wir jetzt auch schon vier Neuigkeiten bekommen. Gestern waren es auch so um die vier Stück. Also ihr seht, hier findet man auch viele schöne Artikel. Das Linux-Magazin gibt es auch soweit ich weiß in Printform. Kann man hier sogar auch digital kaufen. Sollte ich mir persönlich vielleicht auch mal anschauen. Eine weitere Seite wäre linux-news.de. Die kommt eher im Stil von ProLinux daher, würde ich sagen. Da steckt am Ende auch keine große Firma dahinter. Und es gibt auch täglich neue Artikel. Da könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Mir persönlich gefällt die Seite hier auch sehr gut. Dann kommen wir noch zu einer englischen Seite, die ich sehr gut finde. Und das ist itsfoss.com. Das erfolgt auch verschiedene ProLinux-Prinzipien nur im englischen Bereich. Hier können auch Community-Mitglieder Artikel verfassen und schreiben. Könnt ihr euch auch mal anschauen. Mir persönlich gefällt diese Seite sehr gut. Und da schaue ich auch tatsächlich mehrmals in der Woche vorbei. Ja, das wären so die Seiten, die ich euch persönlich dafür empfehlen könnte. Ich habe euch auch gefragt, was für verschiedene Seiten ihr nutzt, um euch rund um Linux zu informieren. Ich habe euch da die ganzen Links, die ihr mir vorgeschlagen habt, auch noch mal in die Videobeschreibung gepackt. Könnt ihr euch gerne mal rumschauen. Also am Ende können wir sagen, die Nachrichten auf ProLinux.de werden uns auf jeden Fall fehlen. Zumal diese meiner Ansicht nach auch gut recherchiert wurden und auch schön als Artikel gebunden wurden. Sage ich jetzt mal so. Wir werden ProLinux, denke ich, auf jeden Fall vermissen. Aber jetzt wünsche ich dem Team von ProLinux erstmal eine schöne freie Zeit. Wer weiß, vielleicht planen sie ja ein neues Projekt. Vielleicht nicht im News-Bereich, sondern woanders. Vielleicht sieht man die Namen des ProLinux-Teams ja in anderen Projekten. Nachfolger von ProLinux.de wird es meines Wissensstandes auf jeden Fall erstmal nicht geben, die diese Seite weiterführen werden. Von daher, von daher, ja. Ich denke, ProLinux.de wird mit der Zeit auch an Bedeutung verlieren, weil halt eben nicht mehr ganz so viele Leute auf diese Seite kommen. Gut, wegen den Stellenangeboten und Linux-Usergroups und Veranstaltungen wird man hier schon noch reinschauen. Aber ich würde mich nicht wundern, wenn das irgendeine andere Seite dann quasi übernimmt und sich das Leben dann dorthin verschiebt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr auch häufig auf ProLinux.de Artikel gelesen habt, ob ihr es auch vermissen werdet und was eure Seiten so sind, wo ihr eure Neuigkeiten rund um die Linux- und Open-Source-Welt holt. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Tschau!